so, gehören sie mir, sehr schön die auch dann machen wir das so zack, nur die Schafe auswählen und du gönnst dir die auch direkt ich glaube die bringen einfach ein bisschen mehr Essen so so genau, dann macht die da weiter nein, da unten wenn da was ist, ich glaube da steht zwar eh nichts aber ne, wenn, wenn, wenn so, wer steht rum? du stehst rum, weil ich hier noch keine Türme bauen kann wegen Steine ne, kannst du direkt knicken du machst mal schön den hier oh, da können wir doch eigentlich wieder unsere Priester dahinter stellen, ne ja, den kriege ich nicht so, ihr auch mal da hin bitte und auf stehen bleiben aber guckt mal nach da so perfekt jetzt, äh, wo ist mein Speer? da komm, den Zipfel nehmen wir mit und dann soll der mal gucken, wo der oder ich schau mal, wo der rauskommt wenn ich den hier hinschicke dass der hier oben so ein bisschen sich durchfrisst können wir hier noch hier Dorfbewohner wie sieht's aus? geht der Erste jetzt? der Erste Turm der Erste geht wir müssen eigentlich jetzt noch viel schneller bauen, ey ah, das ist die Johanna wo hatten wir denn hier noch einen Speer am Start war er das? Britner Speer so schickt den jetzt einfach hier hinten ins Eck wird sich schon irgendwie den Weg da hin bahnen wo ist denn der andere? da unten läuft der lang nicht so gut hier ist best wobei doch machen wir erstmal machen wir erstmal so so Stein das ist ja auch alles an Stein hier, ne? da muss ich jetzt direkt schon mitgucken wo ich weiter Stein finde wurden ach, vom Turm nur ey, bis ins letzte Eck ja, auch Stein Holz ey, ist keiner am Holz fällen hier? hä? was hat jetzt was ist denn jetzt passiert? da war doch irgendeine Einheit fertig so wie das klang jetzt Uhrwolf so, bitte noch ein Turm boah, ich hätte hier gerne richtig viele Türme einfach nur damit es so wahnsinnig viel bringt ich glaube, das werde ich auch einfach irgendwie pushen und dann erstmal weniger Einheiten bauen erst muss die Infrastruktur stehen einfach aber die anderen bauen ja auch in der Zeit, ne? die haben immer einen Vorteil es ist mega schwer irgendwie das Spiel oh, da kommt er nicht hin da geht noch ach so, weil da noch ein Baum steht und ich glaube, ich habe auch Bock hier diese wo kommen die her? wo kommen die her? die müssen doch mit nem Schiff irgendwo rüber setzen hallo, könnt ihr mal ein bisschen schneller dahin sprinten da haut ihr ab jetzt, ne? Feigensäue ah, da ist noch einer so, bitte macht das Sinn eigentlich hier ne Mauer an nen Strand zu bauen das ist doch auch blöd, oder? was bringt doch eigentlich null aber die setzen wahrscheinlich immer mit Schiffen rüber die werden immer wieder sticheln und viele Rohstoffe habe ich wirklich nicht waren noch irgendwo Steine ne, ne? da nicht, da nicht oh ah, deswegen sagen die auch warum ich hier aufpassen soll ich muss eigentlich hier oben das muss ich irgendwie so schnell wie möglich bekommen dann da ne Mauer bauen zum, äh, zu Rond oder Rond ja, Rond keine Ahnung und dann haben wir da oben die Rohstoffe hier ist schon wieder ein Speer am Start da kommen wir bis genauso schnell das bringt nichts so, eigentlich wollte ich die hier ohne Priester auf den Turm schicken machst du nichts sag mal okay, da hat er nicht viel abbekommen ah, warte das ist doof hier muss doch eher mal noch ein Turm hin die ist doch hier wichtiger das ist voll das schwere Spiel ey ich weiß wie viel Stein wir verbraten wenn wir die ganze Küste abtrennen aber dann sind wir safe oder wir machen es dann eher so ziehen hier ne gerade Mauer ja, das war ja klar dass der Turm jetzt zurück schießt lauf weil nach unten schießen macht der hier glaube ich nicht wenn du genau drunter stehst ja, was für ne Taktik fangen wir denn mal an hier okay, da haben wir noch ein bisschen Gold aber ich brauch Stein oh, da ist noch Stein so, die treffen sich jetzt gleich hier den schicke ich jetzt mal so gerade nach da äh, so, habt ihr das? genau, dann könnt ihr euch den nächsten Turm gönnen dass die blöden Türme weg sind weil das ja auch wiederum Speer irgendwie für die sind und da haben wir doch noch ein bisschen Stein am Start ja, das ist nicht viel, also ob das was bringt oh, das ist schwarz da unten, da kann ja nichts passieren sonst irgendwo auf der Karte da hinten bauen sie sich jetzt immer hin so, mal sehen wo der Speer ist auch ein Speer ja komm, den kriegen wir ja platt ja, dann weiter äh, nee, weiter dranbleiben so, dann retten wir das dann brauchen wir hier noch einen Turm ja, das da wäre noch einer, gut, hier noch einer also einfach viele Türme das Problem, was ich jetzt habe ist halt nur die kommen mit ihren Landungsbooten wie beim D-Day kriegen die eigentlich mal Schaden hier? ja, sehr gut ja, das bringt so alleine nicht viel, ne aber wir haben jetzt wir sehen hier direkt auf der Karte an den drei Wegen sind noch Rohstoffe Gold und hier hinten haben wir sogar noch Gold und Eisen oder Stein so, was machen? okay mh, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen doof aber ich will die auch nicht rausschicken äh, es wäre cool, wenn wir das wieder mit unseren geistlichen machen, ne aber ich möchte die noch nicht so weit rausschicken ja, die Mauer hält schon was aus ich hab wir müssen uns überlegen wie wir es denn jetzt hier sichern, ne lassen wir die gar nicht erst landen das heißt, machen wir die Küste sicher das ist viel mehr Stein, was ich da verbrauche so, warte mal ich möchte jetzt mal einfach nur so aus Prinzip gucken könnte man jetzt so hier machen so, dann hauen sie ja auch schon ab nach einer Zeit hat jetzt echt nicht viel Schaden gebracht das repariert der hier im Nu ich finde das mit der Küste ist irgendwie die geilste Idee aber ob wir das schaffen von den Rohstoffen her das wage ich zu bezweifeln ein Stück Mauer braucht denn wie viel? fünf Steine nur okay, ist gar nicht so viel wie ich dachte und jetzt überlege ich auch gerade eigentlich ist es dumm oh die werden sich wieder näher kommen da müssen wir jetzt halt dass die sich auf einmal wieder wehren, ne warum denn? die haben bestimmt ein Upgrade bekommen, oder? nee oder? doch, die haben die sind aufgestiegen Langbogenschütze die kann ich nur nicht bauen, ne na toll das muss ich auch machen ach man, jetzt haben die kriege ich das ich kann das noch nicht machen, oder? tausend Nahrung da bin ich meilenweit von entfernt und das ist auch Käse jetzt so die Türme weiter anzugreifen weil er mich dann Stück für Stück hier einfach niedermetzeln wird lauf doch einfach mal weich aus okay, den kriegt er nicht mehr hab schon wieder Arschkarte, ey vor allem, ich muss die Türme irgendwie wegmachen, ne wenn ich da dann noch abbauen möchte hä, wer ist gestorben? oh, die haben keinen Stein mehr jetzt geht's schon los dann baut mal ähm Bergarbeiterlager da schön rein dass ihr echt nicht viel Weg habt so, kann ich irgendwie ähm abbrechen wie kann man das eigentlich abbrechen? ach so gibt's da eine Taste für? oh nee, muss mal anklicken ich weiß nicht, ob das klappt ich hab die Vermutung die können dazwischen rein warte mal, was haben wir denn das ist Hotkey W äh das ist nicht Hotkey W W ist das ist Hotkey D S und D SD oh, Moment, SD nein SD so, das ich bin so gespannt, ey haha das kann doch nicht gut gehen nein bauen wir hier ein Limes hin alter ich hab keine Ahnung, ob das ist wahrscheinlich mach ich hier totalen Scheiß gerade aber ich kann sicher gehen dadurch dass die hier nie wieder mit ihren Landungsbooten rankommen Landungsboote, das ging so blöd, ne aber mit ihren Transportschiffen halt der Limes Guck mal kriegen ja auch ganz schön Schaden mittlerweile und wir machen jetzt das erste was wir bauen wenn wir jetzt hier irgendwo noch ja, genau, du oh, das war eigentlich der, der vom fällt nein so noch einer, der nichts zu tun hat okay, sie natürlich da möchte ich aber Holz fehlt was macht ihr denn da unten oh ich glaube die haben da einfach jemanden getötet hui da machen wir nochmal drei Holzfäller oh nein wetten, die kommen da durch oh, hä hä kommen die da durch oder nicht? ich weiß es nicht Dorfbewohner erschaffen aber nur so also wenn das dicht ist, ne der Wall dann habe ich die Sicherheit das geht nicht ich fange erst mal hinten an das sieht aber halt so komisch aus, ne aber ich kann ja im Prinzip nein man, ich verklick mich hier ich kann ja jetzt da keinen hinsetzen nur da und da sieht's auch ist auch eine Lücke drin okay, der ist ein bisschen schlau trotzdem kann doch nicht gut gehen ich habe irgendwie so Bammel diese Ecken mache ich deswegen noch zu und es gibt dann hier überall nochmal solche Ecken wahrscheinlich Holz